Wie viel Uhr Toschi ist? Oh, wir müssen abfüllen. Oh, ich brauche jetzt viel. Ja, okay. Das ist noch gar nicht. Oh, jetzt können wir bitte noch mal Gas geben. Bitte Toschi. Nein. Dürfen wir langsamer fahren? Langsamer ja, nein. Nein, lass das so, so ist gut. Nein. Nein. Nein.